Was geht ab, liebe Karsportfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Heute zeige ich euch die einzige Niederlage von Hamzat Shemalv, welche öffentlich ist und zwar damals noch mit seinem gebürtigen Namen Gerechanov. Ja, diesen Namen Hamzat Gerechanov hat er dann zu Shemalv, was ja tschetschenischer Viking bedeutet, abgeändert. Und ja, in diesem Sinne sehen wir jetzt einfach, wie Hamzat Shemalv im Wrestling damals verliert, vor seiner MMA-Karriere. Ich hatte nur die Infos gehabt, dass sein Wrestling-Gecout 12 zu 0 steht und das hat er damals in 2018 bei den Freestyle-Wrestling-Meisterschaften beweisen können. Dort hat er mehrfach Gold gewonnen und gilt als einer der besten Freestyle-Ringer des Landes. Angefangen hat er in Tschetschenien im Alter von 5 Jahren, was einfach nur bemerkenswert ist. Das hat er natürlich bis heute noch an sich herangetragen. Jetzt schauen wir uns die einzige Niederlage an, die mir bekannt ist. Lasst ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. 62% von euch haben mich noch nicht abonniert, würde mich sehr darüber freuen. Und schaut bei ESN vorbei mit dem Code NOTIME, könnt ihr mich supporten. Die Ja, wir sehen uns so. ... und die Brüder-Loppen und Andres Haure in den Kostpartnern. ... und von den Bronzerna. ... und von Marabee, von 1779. ... und von Marabee, von 59 Kilo. ... und die Brüder-Loppen, die Aries-Elles-Sambora, von 22 und die Brüder-Loppen, Eriko-Lignus-Ärbora. Das war der . . . . . . . . Ja, den trycks auf den Angelegen. Ja, fangen zur Wettbewerb. Ja, schrebt back zur in Angelegen. Ja, da sind die Plönen. Ja, gutter in Vettbewerb. Ja, gutter in die Plönen. Da haben wir die Plönen gebeten. Jäger Trönen. Bewerten! Ja, gutter in die Bönen. Ja! Das war's für heute. Das war's für heute. ... und die Klinik, die Klinik und die Klinik. . Vielen Dank.